Natürlich hat er so ne Chess für den Anfang bekommen! Du random, random, ich hab dich gemacht, ja, gemacht hab ich nicht, gemacht hab ich nicht. Dich mach ich nicht, Dich mach ich nicht! Dich mach ich nicht, Dich mach ich nicht! Wie ich spielen würdest, denn man kann ja auch schön Stats nachgucken von mir. Und jetzt geht das fröhliche Abstauben wieder los. Alter, komm, den auch noch. Lol. Okay, das war ne schnieke Killstreak. Ich hab doch gehört, dass da einer Abstauben kam. Als ob das TNT das Schwert weggemacht hat. So ein Spast. Er hat ein Eisenschwert! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Er hat ein Eisenschwert! Mir hat ein bisschen Eisenschwert! Fuck! Leute, 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 wenn wir das jetzt noch gewinnen, das wär so nice. Oh mein Gott, der hat so hart abstauben wollen, genauso wie ich. So, Leute, zweite Runde, nachdem ich ein kleines bisschen geraged bin. Ich weiß nicht, wo auf dieser Map Chests sind. Ich hasse diese Map. So. Lol. Heute geb ich aber ganz jude Hits, doch. Kann auch so behindert sneaken, wie du. So. Da haben wir schon wieder drei Kills am Start. Das find ich natürlich super. Er hat ein frickin' Eisenschwert und die erbrust. Jehova, shiny, oder? Dritte Runde, meine Herren und Damen. Meine lieben Herren, Damen und Herren. So, irgendwie so. Ich kenn den irgendwoher. Okay, danke. Lol. Nein! So, Leute, letzte Runde. Ich weiß nicht mal, als welche Map. Spring Gate. Wieder diese Piss-Map. Ich mag die nicht. Krieg die Kretze bei dieser... Er hat die Brust nicht wieder angezogen. Was? Ein Honk. Ich hab das Eisenschwert. Ui, ich hab das Eisenschwert. Iiii, 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 iiii. Easy. Er hat nicht gejappt. Er hat keinen Japper gefressen. Hackt der Kerl. Er hackt einfach! Nee. Ich will jetzt eine Runde gewinnen. Das ist meine Chest. Das ist meine Chest. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Was? Das Balooten, den krieg ich. Den krieg ich. Richtig, aber den krieg ich nicht Und den auch nicht Geh doch weg Nein, geh doch weg, Mann Nein, das kann doch nicht sein Ich will doch Nur eine QSG-Runde Gewinnen Natürlich hat der Sohn den Chest für den Anfang bekommen Du random, random Ich hab dich gemacht Ja, gemacht hab ich nicht Dich mach ich nicht Alter, ist das denn so schwer Mann Hi, ja Du bist im Video Im Rage-Video von KotiXD Du darfst natürlich jetzt Deine Mutter grüßen Ne, Grüße gehen raus Keiner, der abstaubt Keiner, der abstaubt Na, habt ihr euch eine verkrochen Oder was ist los Da bist du ja schon Den mach ich Die Runde machen wir Easy peasy Lemon squeezy Oh, er hatte Er hatte auch nur einen Scheinfeld Ich dachte schon Easy gleich mit der Skin Alter, was will der von mir, Mann Leute, den machen wir Der hat nur irgendeine Goldsache Renn doch noch länger Um diese Piss-Map rum, Alter Er hat nur einen Goldsache Den mach ich Er hat ein Eisenschwert Iß Ich hab einfach die Hits des Todes kassiert Ja, dann muss ich gleich ganz klassisch abstauben Auch wenn ich das Eisenschwert hab Den Full Oh, ne, nicht diesem Oh, der ist bald neben mir Der hat random Was machst du denn da? Kraulst dir die Eier oder was? Meine Fresse, Alter Bewegen Hopp, hopp, hopp Wir sind hier in einem Feriencamp BOOM Jass, 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 jass Bin der Wettste Wuh Wart, Mann Alter Das war's dann auch schon mit der cooles Gerunde Ich hoffe, sie haben euch gefallen Die Rages Freude, Sprünge Keine Ahnung was Wenn euch diese Folge gefallen hat Lasst ein Like und ein Abo da Falls ihr es mit euch getan habt Und ansonsten Bis zum nächsten Mal Und Tschö MEDE Tschö Tschö Die Rages Die Rages In hemos Bis zum nächsten Mal ARY こ uzu kon